mit mir der achmet o und md in der letzten folge haben wir sehr vieles erreicht glaube ich so auf jeden fall muss ich weitermachen und eine erfolgreiche Ölentour letztes mal ich wollte auf jeden fall noch mal das Eisen braten also mach ich das schon mal jetzt aber genau zwei Stacks habe ich von was Eisen auf jeden fall was bringt hast du jetzt eigentlich? ja mich hast du jetzt ne? auf jeden Fall muss ich jetzt schauen was ich jetzt tue ist hier schon dein Name? und was geht bro? und was geht? Name, wie geht's, wie steht da? ja, gut eigentlich gehst du in der Höhle sagst du? komm mit mir, okay? ich hab bei irgendeinem Lok bei dem irgendwo mal... warte... ich muss nur überlegen welches Lok nochmal das war das kann ja zu lange dauern Diamonds Diamonds Endlich Oh nie haben wir so ne große Höhle oder nicht? Nochmal Diamonds Ey, davor war ich so grimmig, jetzt geht's mir doch besser jetzt Zwei, oder? Was ist mir zu? Die zweite Höhle Ich bin über dir Ich bin über dir Ich kann einen Diamantblock machen, stimmt Das wird noch etwa 20 Minuten, das ist schon bei 30 Minuten Jaaa Jaaa Müsst ihr ein bisschen lecker machen? Nein Okay So, wir haben jetzt schon den Part beenden Ich komm mal zu dir Ich kann noch einen jemanden suchen, ne? Ey Bro, komm mal zu mir, vielleicht kann ich... Ja, jemanden suchen Ich kann mal... Moment so Ja, bin doch Das ist ja Schau mal, dass ich hier noch nicht bin. Okay, du hättest doch nicht umsonst gerade hier... So, wo warst du denn jetzt, um... wie hier ein paar Gemüse abkriegen zu lassen? Einfach, einfach finden. Noch ein bisschen. Sagen wir hier weiter gehen. Warte. Soll ich jetzt mal diesen Part beenden einfach? Okay. Ja, das war's mit... Äh, die war mir ganz kurz. Nee, lass mich noch das Ding noch braten. Und ich will gerne bitten. Sorry, dass es jetzt gerade irgendwie das, äh... etwas länger war. Aber ich war jetzt gerade so fokussiert, gerade da ich mich zu finden, okay? Warte. Hey. Und das war's mit dem Part lassen. Aktiviert die Glatte und schaue Leute. Manns live. Alle reden auf dem Kurt und schaue Leute. Ganz kurz, was auf dem Kurt. Alle reden auf dem Kupfer der Kürbisch, oder wer wäre es mit dem Kürbisch? Ja, das war's mit dem Kürbisch. Und da war's mit dem Kürbisch. Und dann war's mit Rüttkisch. Wir sind die Leute, wir sind das mit der Kürbisch. Bis zum nächsten Mal.